Es ist immer wieder schön. Oh mein Gott, das schmutz mir ja schon meinen Rücken. Allein beim Zuschauen. Also wenn dein Charakter das sagt, wage ich dies zu bezweifeln, dass es ihm noch nie besser ging. Er sagt, your dad feels better. Ei, ei, ei. Yeah, Sprengablage. Also, alle Fans des Arena-Bosskampfes, jetzt kommt ihr auf eure Kosten. Hm, hm, hm. Und drücke X, um auf Bosco zu rufen. Bosco! Nobody came. Nobody answered. Nobody cared. Zumindest nicht im Mehrspieler-Modus. Ich bin wirklich nicht bereit für das. Wir können die jetzt auch wagen, einen fairen Konkurrenzkampf hier zu etablieren, während das Monopol sich dagegen strebt. Also, wirklich. Das wir gleich da oben noch mal gucken. Da ist nichts. Vorsicht, da hinten. Recht kranken. Achte da drauf. Und die G... Sprengab, hinter dir! Ja, 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 wir haben ja Investation. Oh, schau mal, hier ist noch Nitra. Jo, ich komm gleich. Erscheinen reicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt schon voll mit Nitra. Oh, schau mal, schau mal. So. Frag mich auch mal, wo die, was das alles für ein... Au. Noch einer. Ich hab jetzt nicht gesehen. Nein, noch einer. Alter. Doch, ein Krampf. Also, wir sind jetzt hier an der Boss-Arena, aber zuerst mit dem Knapp-Fall-Boss. Wo schalten das von diesen zwei... ...Chrome-Twellen... ...Äh... ...Geraders. Wo die zwei Generatoren... ...gefeuert wird. Mit diesen zwei Kabeln, die entlang der... ...Decke verlaufen, verbunden. Das heißt, jetzt erst mal die Generatoren aufspüren und die sehr hochschalten. Ich glaube, wir haben einen Punkt an... ...Lootbox. Ich wünsche uns was, meine ich, ist ein Nest, ne? ...Kamys mögen keine Shredders. Mörtels übrigens auch nicht. Ey, echt ein bunter Nitra, weißt du? Wo ist das verdammte Tin-Camp? Ich kann es nicht mehr mehr tragen. Zeit, um die alten Boxen von Bandigern rauszuhren. Zeit, wenn wir zurückkommen. Es ist fertig. Ich stehe das mal hier vor für nur... ...schüt, schüt, 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 schüt. Schüt, schüt, schüt. Dann hätten wir noch mal Sprenger, Vorsicht. Kennst du das Lied? Eyes without a face? Das hier war grad Sprenger without a face. Habe ich so den Römel aus der Schnauze geschossen. Sorry, little buddy. Your own fault for being for the other... ...die Qualle aus dem Dremel hauen. Also hier drüben ist schon mal ein Kabel, das hier so verläuft. Oh, hier geht's mir nicht. Ja, ich bin grad auch noch in irgendeiner anderen Seitenhöhle hier drin. Hier waren auch noch Pilze ohne Ende. Okay. Ja, ich folge einfach schon mal dem Kabel hier Richtung Generator. Um schauen, was ich hier irgendwo tun kann. Ich werde auch gleich mal, ähm, Moni in meine Richtung. Und immer schön auf die Geschütze an der Decke achten. Brauchst du Molly noch? Ja, Moment. Jetzt nicht mehr. Uhuhuhu, das war knapp. Ja. Diese scheiß, äh... Pflanzen, die Klebeschleim aufm Boden machen. Äh, ich bin jetzt hier grad etwas eingekesst von nem Schindor. Stopp! Beef hat sich grade ordentlich um den Schindor gekümmert. Der hat grad ordentlich getragen. Äh, ja, ich muss grad sagen, es kommen Meteoronen. Die sind aber seltsam gelandet. Wahrscheinlich weil wir gerade so verspringend sind. Der ist ein großer. fordere ich mal das einigermaßen gut landen mal drunter gut gefangen gut gelandet ist was anderes hier oben ist gar kann ich noch einmal ist schon da irgendwo eine klage unterwegs kommis ich bin auch da hat es gut alles gut ich wurde jetzt mehrmals fast vor dem meteor schlagen also das war ein meteor schwaben der war schwaben suchend war gelegt ich bin weggeklebt und bin jetzt hier unten auf dem bodengelände und gestorben okay ich kann meinen bart nicht mehr spüren großer gott schnäpschen für dich kann ich mir hier schon eine plattform machen beim roten auch da ich schon eine okay dann geht was kann es echt nicht sein das war aber noch viel zu komisch Achtung Karmis. So bei den andern. Nein. Warum? Du bist der Schnellere. Das müssen ja beide beschützt werden. Naja, sind ja halt immer direkt, äh, und krieg ich ein, ach ne da an der Seite. Kumpelblase. Ähm, kräftige Kumpelblase. Oh, Pinder liegt. Wunderbar. Warte kurz, nicht den Molly rufen. Ich hab hier noch ein, äh, Edel, Riesen, Stein. So, jetzt. Und werf rüber hinter dir. Bleib drin, werfst du zu mir rüber. Die fangen sich nicht so gut. Ja, gut, so wie die Aussehen sind die auch recht lütschig. Ist die Dinge, die sich von sich selbst aus bewegen, find ich eher, ähm, strange. Ich würde es auch nicht unbedingt anfassen wollen, um ehrlich zu sein. Ich hab mal was zum Spielen hingepackt. Oh, wie schön. Oh, toll. Was zum Spielen, yeah. Arbeit. Ich hoffe, ich lande das Ding halbwegs gut. So, Nina kommt dazu. Wunderbar. Äh, Nina, du müsstest, glaube ich, in den Channel reinjoinen können als Mod. Wenn nicht, musst du nochmal kurz Bescheid... Ah, da bist du ja. Huhu. Hallo. Hi, Nina. Huhu. Ich wollte nur nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ja, ja, alles gut. Ich wollte es jetzt aber hier ganz schön wissen, hier mit den Bots. Oh, wo ist das Scheiß Ding? Da hinten. Nö, uah. Oh, da spielen wir da richtig Talent, so richtig für Korkse Biome zu spawnen. Mhm. Es ist Sonntag, ich hab auch das Ding hingeguckt dazu. Mhm. Oh, da bin ich doch glatt mal gespannt, wo ich gleich lande. Wo ich gleich lande. Oh, Foxy's. Oh, genau. Wahrscheinlich. Nö. Nö. At this rate, I'll pop soon. Sprenger. Die haben Sprengerplage. Your team is getting bigger. Both inbound. Also, bring Spreng Munition mit. Was ist inbound hat er grad? Ach so. Ich bin gerade auf Schock. Mir hat's gerade aufgegelandet und ich bin nicht daran gestorben. Mämsel, mach doch mal bitte hier Licht hin. Sorry. Ich hatte keine NATO-Erfahrung. Keine Wahr. Ja, hätte ich ein wenig mehr Einfluss da drauf, wo man landet, mir das wahrscheinlich jetzt nicht passiert. Puh. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, ich bin wach. Hm. Guten Morgen. Na, guten Morgen. Du bist ja erst gerade mal 5 Uhr. Du brauchst keinen Kaffee, du brauchst nur eine Nina, die neben dir erscheint, oder was? Post. So abrupt. Ich wüsse ich mal den Zucker da noch irgendwie organisiere. es sieht etwas schlecht aus tatsächlich was denn zu koch habe ich gerade geholt dann lass mich gerade in geschützt um noch drauf geschützt um sollte die sprengerplage ein bisschen in den zaum halten und das noch mache ich mal zu dann kann da auch nichts rauskommen und das auch und das und das dann kann da halt nichts bauen weil er kein durchgang ist das skorpion da war ein skorpion ja auch nicht selber drüber ballern mag das dinge auch nicht jetzt waren die sie dir mal aus dann geht das besser das war schön die schrittenkambis gerade auch unterwegs sind ja chargern griff noch mal auf zum nächsten diese roboter die hacken können das sind ja wichtige mitarbeiter stimmt die werden zurückgerufen sie sind halt nicht so einfach ersetzbar ja und zwerge wachsen ja bekanntlich in höhlen wie pilze wenn man zwar nicht eigentlich kannibalen weil sie hauptsächlich zügen es ist orkische pilze menschenskinder war das jetzt sechs stück waren sieben wenn man geschenk erhalten von sakura club gerade bei mir auf wir haben auf jeden fall eine abkürzung zurück ja mit betonung auf der meteor das ganze kundin super so sehr seltsam was das hier generiert ist dass es so weit oben ist ist diese klare gestorben schon wieder nicht steve das ist ein sniper tower und du sprichst du mitten in den bolst wir singen und so wenn ich die ahnung hätte ich die auch günstiger machen können ich kann das in meinem schlafen Ich habe wieder eine Horde potenzieller Steves. Wurde nach dem auch ein Getränk benannt. Steve Cola. Oder meinst du die Steve-Vollade? Welches Getränk gibt es denn bei Steve? Achso, ja. Grasshopper, ja. Fuck it up, you bastards, fuck it up. Ich habe fast keine Munition mehr. Ja, dann hol beim Hacking-Port ein Munding. Wir dürfen ja genügend Leitre haben hier, 471, yo. Ja, aber das wäre, aber, aber ich, ne, aber Ausgaben. Hast du nicht das richtige Formular ausgefüllt? Ich habe auch nicht den Passierschein 38. Den habe ich da mehrfach. Da ist noch ein... Yo, ich renne schon hin. Zum Glück brauche ich für die keine Munition verschwenden. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Wenn du nicht mehr, könntest du nicht mehr herfahren. Mach es einfach. Du wolltest schon von den Bomben weglaufen hier. Oh, ne, noch. Schleckere ich mal den Zucker hier noch weg? Willst du mal meinem Schleckstänge leckern? Wir sind ja nicht in der Schweiz, nein. Herr Uter? Herr Uter, ja. Dann meinem Schleckstänge leckern. Wie war das noch mit den Uter-Burgern? Waren das nicht die Würstchen und die Jimbo-Burger? Stimmt. Get to work, nerd! Get to work, nerd! Hacking has commenced. Protect the hacking drone. Armed and ready. Prohack the tracking drone. So. Was. Da. Ich glaube, ich bin gleich noch einer Schindler. Also. Wir haben jetzt den Hacking Drin. Wir haben den Hacking Drin. Gern. Das sind die Anklage. Was? Bis nicht. Du bist da. spricht nur jemand mit flammenwerfer der die furzwolken immer weg macht kannst du noch ein bisschen übersichtlicher ausschalten gehen ich habe keine mehr kann sagen ich schmeiß mal meine dazu da kommt wieder ein pfund an kam es angerannt aber nur krass was ich gerade munition verheizt na gut die spätigkeitsgrad geht ja auch hoch wollen wir jetzt wieder zu dritt sind als speer bist du eh nicht so der größe dd ich bin hier zurück da hinten ausgezeichnet das frage ich hier geht's hoch Das Clifford Stinktail hat er den gerade genannt. Ich habe auch gerade Stinktail verstanden. Dann wacht ihr mal, ich bin dann mal weg. Ciao, machs gut. Tschüss. Ich habe zum Runterspringen ein paar Plattformen dahin getackert. Häng auf! Gefühlt überall. Das wird auf jeden Fall lustig hier beim Bossfight. Hier geht's raus. Hier oben. Komme ich erstmal so dir zurück und dann... Du hast hinten auch noch eine Line stehen, mit der du hochfahren kannst. Darüber komme ich auch gerade hoch. Erstmal an der Line wieder hochgeschnupft. Ah, ist wieder Kamiparty. Guck mal, dass die Löcher an der Decke ein bisschen zubekommen. Zucka? Ja. Zucka? Zucka? Zucka ist gut. Ach, da unten drin versteckt. Das ist doch gut. Aber ich habe hier im Hauptraum schon mal ein paar Bohrer hingestellt. Äh, also mit Mund und Kram. Dann können wir uns im tödlichen Dreieck aufstellen. Und dann können wir nicht weggefokust werden. Da. 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 Ja. Ja. Geh an deinen eigenen Mundport. Ja, was denn? Hier steht für jeden einen. Wenn du SRG drückst, siehst du alle, dass jeder einen am Standort hat. Dass man nicht erst bis an den Arsch der Welt laufen muss. Und Speer, leuchte mal aus. Jetzt erstmal immer schön den Arm ausweichen, oben den leuchtensten Bereichen. Der Pyramide. Teuer machen. Der invertierten Pyramide. Invertierten Pyramide, richtig, ganz genau. Den Schilden ausweichen, den Armen ausweichen. Oh, Farza wechselt. Schilden sind oben. Schilden sind oben. Schilden sind unten. Schilden sind unten. Schilden sind oben. Schilden sind oben. Schilden sind oben. Schilden sind oben. Deine Verwerber sind hier bereit. Der Mensch liebe Natur! raus diese schilder phase so nervig ja alles weil discord aktuell echt probleme macht mit der geräuschunterdrückung ja was ich halt witzig finde es ist lauter als du das ist halt so diese schöne kombination aus windows update und discord update das ist ja auch bei mir mit den leuten dieses tolle ollie beispielsweise der bei dem hast du auch vorher nie irgendein nebengeräusch gehört und jetzt ist er bei uns hier der king des flussbandes wurde getroffen und blöden kombo dankeschön wasentbomben vorsicht es ist auch phasenbomben wert der äh äh ja das ist echt neufig Das dürfte es gewesen sein. Halleluja. Das müsste es gewesen sein, genau. Klönk. Achterbahn. Geh die Klobrille auf. Aufpassen, da könnte ich auch K.O. gehen davon, da habe ich auch schon eine eigene Label fahren. Ich habe gerade gesehen, man schildert dadurch mehr Schaden genommen als die Explosion davor. Die Explosion macht ja nur Knockback. Aber da ist dann der Fallschaden gerne mal so, die so, fuck. Oh Gott, der kommt bestimmt ganz oben scheiße runter. Ne, es geht in da, wo wir abgesetzt worden sind. Und der Cam-O hat überhitzt. Bringer. Bringer. Die hat jetzt nicht den Geist aufgegeben. Das wäre richtig bitter. Das Display hat gerade geflackert und beim Ausmachen hat sie die Iris nicht zugemacht. Das ist das Skorpion, der da oben rumkraxelt. Oh echt Tanki, das ist Mistvieh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Letzter. U vier mal besser Number Lea. U vier Oh ja. Letzter, yay. Wow! Na ja, besser Letzter als gar Nixtter. Eh, das ist allerdings richtig. Warte mal, ich hab den Kumpel gewunden. Und weg ist er. Warte mal, ich hab den Kumpel gewunden.